Milan Briljes for President of Slovenia. Ich wünsche den Bürgerinnen und Bürgern von Slowenien einen guten, einen ausgezeichneten Präsidenten. Und das ist Milan Briljes zweifellos. Mein Name ist Evelyn Regner, ich bin Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und zuständig für Gleichstellung von Männern und Frauen. Milan hat einen ausgezeichneten Bericht im Europäischen Parlament verfasst, der sich mit Pflege, mit Care befasst. Er hat sich konzentriert auf die Kinderbetreuung, auf die Alten, auf die Kranken, also all das, was wir dringend auf europäischer Ebene regeln sollten. Und er ist unglaublich zuverlässig. Ich wünsche daher Milan viel Erfolg bei der Wahl zum Präsidenten, aber vor allem wünsche ich das den slowenischen Bürgerinnen und Bürgern. Er macht eine gute Wahl mit Milan als Präsident.